Hallo, hier ist der Biberbär. Ich hätte mich fast für einen Moment selbst vergessen, denn alles erschien mir so total irrelevant und bedeutungslos. Dass ich selber mit in der Bedeutungslosigkeit so bedeutungslos war, dass ich völlig versunken noch dachte, ja vielleicht bin ja ich da noch und da ist was irrelevantes. Das war ja mal ein Gedankengang. Schau ich mal um hier. Was gibt es zu sehen? Fing, fing, überall fing, fing, wie es anfing und anfing. Oh, 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 Otterfing. Es fing an, ganz bescheiden zu sein. Und in seiner totalen Bescheidenheit brach es aus sich selbst heraus und dehnte sich aus. Ah, Lichtbatzen flogen durch die Dunkelheit, glühende Sonnen und Planeten erschienen in diesem endlos schwarzen Raum. Und sie scheinen immer noch. Und da gibt es viele, viele, viele von vielen dafür.